Ich freue mich, hier zu sein. Ich dachte, dass so leid wird, wie du es gesungen hast. Ich weiß nicht, mir ist das ein bisschen vor, um Plotisch zu singen. Ich kann nicht so gut Plotisch lesen. Aber ich wollte es, und ich wollte es lernen, damit ich es nach Nukom. Vielleicht sind alle wieder daran, dass ich Plotisch vertellen, und es ist mir viel leichter zu lesen. Aber es ist wunderbar, nicht? Wenn wir einsam fühlen und wir Verloten fühlen, fangen wir bloß an unsere Gedanken, nicht? Wo ist Gott wirklich? Habt ihr uns Verloten? Leid nicht. Wir wollen uns heute neigen zum Gebet. Gott, wie kommen Sie fertig von der Samarie ist? Wir danken dir für deine wunderbare, schöne Leid. Wir danken dir für deine Wut. Und ich freue mich, dass ich sie segne, dass ich nicht ein Stich sein kann, von dort, was die Wester uns von dir vertellen. Ich freue mich, dass ich mir rede, und uns alle Verständnis geben kann, nicht so, dass ich etwas sage, aber was hast du Gott? Was hast du für uns alle von dir? Ich freue mich, dass die Diendum verheiratet werden. Ich freue mich, dass sie uns Aufmerksamkeit schenken, und uns segnen, dass wir sie verstehen können, was sie für uns haben. Und wir danken dir und lügen dir an, in Jesu Namen. Amen. So, wenn ich in der Böde zu den Ankliken dann, würde ich sagen, dass du keinen Titel für die Bödschaft von dir. Und in der vierten, dann finde ich, reihe mir an, dass du den letzten Ding, was du dann kommt, ist nach dem Titel, oder was aber den Titel, für den Anklag, was ich will bringen. Und nach dem Motkamp, das ist mehr Samarie, oder vielleicht Lut zu Ovis, und das ist dann, und das ist auch nicht so wichtig. Aber wenn ich würde den Titel schenken, dann würde ich, dass da Handschreibung steht, wort weißt du für Herbst? Oder wort weißt du? Und die sagen, dass es vielmehr wird, wer die weiß, oder wer die kann, das wort die weiß, dass es vielmehr wird. Aber wort weißt du? Und von der, weil ich mitteilen, feuer Dinge, was jeder Christ soll weiten. Und so, das erste Ding, ich will mir recht entgegen, als die denken, wenn ich erst, was nicht ein Christ ist, dann wird es vielleicht, diese Botschaft, wenn du es nicht mehr zu verstehen, und das meint nicht, dass es viel wird. So, entweder ich würde nicht eine gute Arbeit tun, dort zu erklären, was es meint, oder die würde von hier weggehen und so denken, ich kann nichts verstehen, was ich habe gesagt, und was ich so bedienen. Dann würde ich sagen, ein von zwei Dingen, entweder ich habe meine Arbeit nicht getan, oder dann würde ich fragen, dann, dass diese Selbstfrauen, sein nicht wirklich ein Christ. Habe ich ein Fundament? Habe ich ein Grund? Und ich sage, weil ich, und wo du jemanden von dir gekommen bist, und sagst, ich kann nichts verstehen, was du gesagt hast. Und ich will mit dir beten, und dann werde ich auch meine Arbeit beten, dass ich nichts, was vielleicht besser zu verstehen ist, oder vielleicht, kann ich eine Bibel kennen, und vielleicht, willst du dich bekehren. Das ist nicht besser. So, was weißt du, oder wem, kannst du? Wir werden, als Menschen, das ist eine Monate zurück, wie wir auf einer Leidenschaft, wo wir mit Marvin Brubaker eine Wege top haben, mit den Diakonen und den Elders, und die Predigt von dieser Körg, wir werden für eine Wege top, und ein paar Dinge, wir werden Dinge, worauf ich auch wisst, ob eine neue Perspektive, eine neue Weg, von der neuen Körg, zum Däupen, und andere Dinge, aber das wenigstens ein Ding, wird ganz nie wieder für mich, und ich kann nicht, abhören mit uns zu denken, dass die Reden immer waren, immer waren hier, und das geeft mich Maut, und das geeft mich Kraft, für mich Christlich in Wandel, und ich hoffe, dass ich kann dort mitteilen, zu gehen. Ich glaube, dass ich nicht so leid, dass dort, was ich von einer Conference, habe ich leid, dass ich dort, will mitteilen, oder was auch immer, ich weiß nicht, aber ich leid, selbst erst, für die Leute zu finden, und wenn ich mir so nieet, und so abfolgt, ich dachte, wenn du wenigst, zwei Menschen in dieser Tür, ich würde das nicht einiges sein haben, dann hast du doch auch, wie ich das mitteilen, und so du wenigst, wie ich das mitteilen finde, auch. Wenn ich eine Bibel habe, dann drehen wir mit mir, in der ersten Korinther, Kapitel 5, und das heißt es, das heißt es, über Gottes Geheimnisse. Nun sucht man nicht mehr an den Haushalten, denn dass sie treu erfunden werden. Mir aber ist eins geringes, dass ich von euch gerichtet werde, oder von einem menschlichen Tage. Auch richte ich mich selbst nicht. Denn ich bin mir nichts bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr aber ist aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr komme, welcher auch wird uns Licht bringen, was im Finstern verborgen ist, und dem Rat der Herzen offenbaren. Ausdann wird einem jeglichen von Gott Lob widerfahren. Wir können hier auch die Gesäge gut verstehen. Als du verstehen, was du losst, gut, Wasser kicken, man schafft die Gesächt, und wird nicht ganz so schafft, sobald wir das sein, worüber du meinst. Er fangt uns zu sein, er sagt, lass uns die Menschen an das Stitt umkicken, oder so und an das Denken. Lass uns die Menschen wissen, wer wir sind. Wir sind Jesus, seine Knecht. Wir sind deiner für Jesus. Das Wort wir sind. Das wäre wir sind. Wir sind deiner. Christi Diener. Und nicht bloß deiner. Wir sind verwolter für die Geheimnisse von Gott. Die Dinge wird nicht oben bohr sein. Die Dinge wird ein bisschen schwanger, vielleicht zu verstehen sein, aber vielleicht hast du bloß, dass es noch nicht oben bohr geworden ist. Das ist noch einmal ein bisschen hängende Kommode, wenn du auf die Weihnachtsgeschenke gekauft und verstärkst, das ist noch einmal du ein bisschen hängende erst vor, die Kinder sollen den auch nicht fingen. Das ist nicht, dass es wirklich schwanger zu verstehen ist, das bloß noch nicht tut. Die verwolter für die Geheimnisse von Gott. Und dann sagt es, nun sucht man nicht mehr an den Haushalten, denn dass sie treu erfunden werden. Wir kicken oder das sagt, du musst sein, dass die verwolter wird trü sein, und das wird er das. Die wird die recht haben, oder die abgüpf haben, oder die legen hat, erst wird verfolten, die muss trü sein, und das wird verfolten das. Verfolten meint, zum das verwolten und verwolter sein. Wenn deine Arbeit hast in die Christ betult, dann hast die recht das Geld so zu verwolten, als was die entschieden ist. Und wir sagen, Gott, soll das Geld reichen und nicht? Und kriegst du das mit unserer Familie, kriegst du das mit jeslichen Dingen? Wir sollen das reichen und waren. Und verwolten das ein Weich oder Anderen. Und hier sagt Gott sein Wort, was wichtig ist, dass die Mensch, was reichhaft dort an zu verwolten, dass er wird trü sein in das, was er hat. Das ist wie trü. Und dann er wieder und sagt, mir aber ist ein geringes, dass es nicht so ein klein und geringes Ding, wenn ich war von Junt, gerecht worden. Von dem ersten anderen Menschen, was mich, Paul sagt, das ist ein geringes, klein Ding. Das tut nicht mehr an. Das ist nicht mehr an. Das nicht viel an. Und dann sagt er, er sagt, er würde sich selbst nicht mehr reichen. Aber dann nicht mehr an. Er sagt, er er sagt, er nicht gerechtfertigt. Er sagt, er gerechtfertigt, wenn es nicht reichen. Er merkt er nicht reich vor Gott. Er sagt, nicht reichen. Was merkt er reich vor Gott? Gott er 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 nicht und er war wieder zu kicken. Er sagt, wenn mich nicht reichen, was Gott kommt, wenn all die Dinge hängen und das Licht bringen, alles was verstärken ist, er 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 hat. All die Gedanken, die Motiven, die Dinge werden ans drehen und ans Hort, all die Dinge die die ver in Licht bringen, ver nach bringen. Und warum will er das tun? Wir werden etwas trinken, dass er kommt. Ich kann hier etwas fragen. Weit du verhebst wer die bas? Weit du wer die bas? hast du das klar, dass du weißt gerade wer was? Du wirst sagen, wo die nom ist, du wirst vielleicht können sagen, gerade wer in den anderen sind, du wirst vielleicht sagen, wo die was abgewas sind, aber wer basst die? Ja, ich bin Billy Raddick up. Aber wer ist er? wirklich, wer wirklich wäre ich sein, was das meiste wird hat, dass Jesus sein Kind nie geboren durch sein genug. Dort ist das wichtig ist. Für mich das wichtigste ist, es ist ähnlich als meine Frühe. Und dann ich habe noch vier wunderbare Kinder, ich habe wunderbare Kinder, Schwier Kinder, ihre Schwester, ich bin in einem Körg wo die Menschen sind wahllig mich verantwortlich zu hören und die lüten mich auch verantwortlich zu hören und wir haben live und wir schaffen das sind auch wichtige Dinge. Aber Nummer eins, das wichtigste Ding ist, act sein, wer sein wegen Jesus, wegen Gott. Weit wie das? Weit wie das? Das ist das Wort in unserem Leben. Wenn es in 2. 1, Vers 3 und 5 sagt, in dem ich nur applaudiere, das ist, das was in jene Bibel lesen, das ist, ich nicht direkt lesen, ich wurde nur von Englisch zu applaudiere, durch seine göttliche Kraft, die uns gegeben alle Dinge, die uns zum Leben und zu göttlich leben, das hat uns alle gegeben, dadurch die Erkenntnis von dem, was uns geraubt hat, eine Herrlichkeit und Tugend. Du nur das, hierdurch sind die Gäfte uns so eine große Wunderbare Versprechungen, dass diese Dinge wir können teilnehmen und Gott sehen die Tür, wir haben von dieser Welt Dinge vergehen und verschwinden, dort wir können einen Stich gehen und wir können teilnehmen darin. Ist nicht wunderbar? Als dort ein Leben passiert, kostet das Salz mit Teilen, der Gäfte eine Gnode jahre, das würde mein Leben passiert oder nicht? Für nicht dann bitte wacht nicht mit meinen mit die Tiet nehmen, um das wichtig nehmen. Wer ist die? Weiß wer ist die? In Psalm 100 Vers 3 sagt es das das Gott weißt nicht Gott der Herr hat Gott weißt nicht dass Gott hat uns gemerkt nicht wie uns Salz wir sind seine Menschen wir sind seine Volk und wir sind der Schub von seiner Welt Gott hat uns gemerkt wir haben uns nicht Salz gemerkt in Johannes 3 Vers saß Tien das ist kaum wie vielleicht Ola oder mehr oder Idwennig also hat Gott die Welt geliebt dass er seinen eingeborenen Sohn gab auf dass alle die an ihn glauben nicht verloren werden sondern das ewige Leben haben ich konnte nicht Idwennig auf Pürcht ich muss das lesen aber was sagt wenn Gott leid hat für die ganze Welt schägt es so dass der Glauben an wir brauchen nicht verloren gehen aber wir können das Leben haben das nicht dass es noch ein Dach wird kommen das wir können das Leben nicht haben das nicht hier fängt an an ein lese wir dort und dann denken wir nicht an was die nächste vor sagt die nächste vor sagt Gott hat nicht sein Sehen geschickt zum der Welt reichen aber dort die Welt wurden selig worden und und dann das achte der Vers sagt wer an ihm gleift die wurde nicht gerecht worden aber die wurde nicht gleift die ist nie all gerecht und Gott sah nie all ever an und vers das sind da die sagt das war er wird gleift an den Sohn die haft das leven die haft dort sind Worte bedient das kriegt nie die leven haft eine in diesem Moment von dem am gleift aber wer nicht on den Sohn gleift der wird das Leben nicht mehr sein und Gott sein bleift ever am Gott sein Sohn Gott hat er hat er ist er sein von dem zahn das ist ein jungen bang wie ich weiß nicht was mein ein bruder hat gesagt oder was mir kostet Ich habe eine halte Hohbarsch, dann habe ich ein klein bisschen langer Hohen auf dem Kopf, ein bisschen mehr. Und ich habe meine Hohenkamp, ich habe die Rutsche Boot, und habe meine Hohenkamp mit so einer, ich nenne es immer die Ditsche Hohbarsch, das ist eine halte Hohenkamp, mit einem halte Hohenkamp, mit einem Händel zu machen, und dann mit so einer Ise-Stange, mit so einer kleinen Ise-Stange. Und ich habe das in, um mich zu machen, mit mir zu tun. Und ich habe das, was ich konnte, und ich habe das nicht so glücklich, aber ich habe das Krack in seinem Kopf, das ist so, ich konnte es heute drüben, und ich habe das nicht so glücklich, aber almost all die kleinen Tuxels raut, alle von der einen Lackblatt drüben, und ich dachte, oh, das wäre nicht so glücklich. Dann habe ich meinem Bruder das erste Mal in meinem Leben, das heute da war, und der Barsch kam zurück, mit einem Bad Antrasby, und ich sagte, Frau, ich habe alle Hubs, und einer lacht und fangt dran, und der Barsch schmarrt schwer nach unten an. So, wenn einer denkt, so ein Barsch, und der schmarrt schwer, dann weiter nach der Jürgenbett. Und um uns, ich sagte meinem Bruder, der will nicht gegen mich. Und da ist es spusig, aber daran zu denken, in Gott sind zu leben und zu bleiben, da ist nichts nicht spusig. Da ist wirklich zu grünen, aber nicht unhüblich, wenn es von der erst noch hüblich ist, von der erst noch Gelegenheit, von diesem Sorn raut zu kommen, und es bloß einweicht raut zu kommen, und Jesus zu glauben, Jesus anzunehmen. In dem Reimer Kapitel 6, der ganze Kapitel merkte ganz klar, wir können wirklich bloß ein hören haben, das traf nicht, das traf nicht, dass wir können wählen. Es sind zwei, die wir können wählen von. Eines ist entweder, wir haben Jesus als Herrn, Gott, oder wir haben an Salz der Welt, oder Satan, und wirklich, das mein Blüste sind. Sind es ans Mäste dann. Wer will wir haben? Jesus? Gott? Oder weil wir an Salz auf dem Thron haben stellen, an Salz umbinden, oder Sinn umbinden. Wer will wir, was wir an das Mäste haben? Reimer saß, Versaust hier und sagt, Wisset ihr nicht, welchem ihr euch begebt, zu Knechten in Gehorsam? Das Knechte seid ihr, dem ihr Gehorsam seid, es sei der Sünde zum Tode, oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Da sind bloß zwei Dinge zu wählen. Entweder wir wollen Knecht sein für den Sinn, oder, und dort lehrt man das Daut, und das ist das ewige Daut, was ich davon vertalte, nicht bloß nie fuhrt, ich habe jeden, wir waren alle gestorben, aber das meint das ewige Daut. Oder, weil wir dort in Leiberd, weil wir dann Gehorsam sind, zum Gerechtigkeit, zum Gerecht sein, Gehorsam sein zu Gott. Gott sagt, komm. Erstes Korinther 5, verscheinend, das erste Pott von dort, das sagt, Lut die Menschen an so einer Kahn, aus deiner von Jesus. Paulus wisst gerade, wer hei wir. Weißt du, wei ich, wer wir sind? Was ist die ein Knecht Jesus? Der zweite Frage, was ich habe, als, was soll ein Knecht von Jesus dann tun? Was ist wichtig, so ein Knecht da? Wenn eine Menschen Kahn lehrt, in einer Hafte, in einer Taubkunft des Menschen, wenn ich nicht so eine Kahn, besonders, ich, wenn ich sage, Fährung, du, was, wo die, frie Menschen so eine Vertellen haben, wo man dann, fangt eine Messwitz, einmal an der Städte. Oh, so, was ist die? Oh, ich, 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 oder, ich, 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 bewortet dann im Knecht von Jesus. Wo hast du an das Wichtigste gedacht? Besonders hier in der 2. Port von 1. Korinther Vers 1 dreht von ein Husholter, ein Verwollter. Lukas saß hier in Vers 1, Jesus vertelt in Jesus, er aber sprach zu seinen Jüngern, es war ein reicher Mann, der hatte einen Haushalter, der war von ihm beruchtet, als hatte er ihm seine Güter umgebracht. Diese Verwollter hat sein Mäster sein Geld erreicht und hat ihm ein Bett in den Gründen angebracht. Hat ihn finanziell mit draufgebracht. was er hat, der hat er draufgebracht. Und er sagt, er wird, okay, nie wird er mit einem Kuhm in berichten, wort er ergegangen ist, wegen seiner Arbeit ist nicht da, er wird nicht mehr für mich offen. So, er hat ihm ein Bett im Bild von wort er ein Verwollter ist. Er hat Reich und er hat die Macht und er hat Gelegenheit was er am Geheft ist, dort zu verwalten. Und das Ziel ist, zu sein, dort wieder zu bringen, dort nach zu bringen, nicht in den Gründen in die Hand zu bringen. Und Titus 1, Vers 7, das sagt, denn ein Bischof soll antadelig sein als ein Haushalt der Gottes, nicht eigensinnig, nicht zahnig, nicht ein Weinsaufer, nicht raufen, nicht unehrliche Handtierung treiben. und das redet besonders von den Lehrern von der Kirche, über die Toast an jeder Person an. Das redet davon, dass wir nicht zahnig sein, wir sollen nicht bloß für ein Salz streiten, wir sollen nicht trinken, wir sollen nicht raufen, nicht unsere Menschen verklappen, nicht fäden, in nicht schlechte Handtierung, Hundtrieben haben, nicht ein Kontrakt merken, dort die andere Menschen wird almost kaputt, und eine wird nachher kommen, oder so eine Scheibe Dinge, so ja, weil wir das top tun, aber das wirklich wird schief, und die andere Menschen sind kaputt, was immer, so Dinge sollen wir nicht tun, weins Jesus sagt ein Haushalter, das sind Verwollter, das wird wir alle sehen, so was meint das dann, wenn er sagt, dass wir sein Leben so haben, als Verwollter, und dann nicht bloß ein Verwollter, aber was von Verwollter, hier sagt es von den Geheimnissen von Gott, so was sind die Geheimnisse von Gott, in Epheser Kapitel 1, von Verschneing, das ist eine lange strieb, wisst ihr dort, die Geheimnisse ein weiter 27 Mal in dem Neue Testament, das wird Geheimnis, und meist jedes Mal, nicht gerade jedes Mal, aber meist gerade jedes Mal, das hat diese Idee von Geheimnisse von Gott, die Dinge wird verstärken, wird Gott wollen die Menschen bauen, und das hat noch nicht getan, wenn wir noch nicht Weihnachten, und ich meine wirklich, das wird noch nicht Weihnachten, das wird noch nicht der erste Weihnachten, Jesus wird noch nicht gekommen, so diese Dinge werden noch nicht verstärken wirklich, die müssen im Bett verstärken sein, was die Menschen kriegen hier und im Bild von dort, in dem Olden Testament, ob er aus Jesus geboren war, dann kommen diese Dinge wieder , dann muss die ganze Geschichte von Israeliten müssen durchgehen, all diese Dinge geben Jesus wir gekommen, wie machen wir kommen, und dann das wunderbare Geschenke immer geben, das wunderbare Goven und Segen wird Gott den Menschen geben, das ist nicht Weihnachtsbaut treffend aber du willst heute nicht ein Problem von Geschenken geben an Weihnachten das nicht wegen der Geschenke das wird Gott für mich gebt haben wovre wunderbare Segen und Geschenken was er mir jeder Tag schenkt und die Kinder in Geschenken geben Weihnachten oder meine Früh oder Freund oder was immer ein Geschenk geben das ist ein kleines Bild weil alle Menschen sind wichtig für Gott und sie haben mir auch Geschenke du bist almost die Geheimnisse in Pfizer 1 Versch nähen sagst es und er hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohl gefallen so er sich vor gesetzt hatte in ihm so was bedeutet diese Dinge wird geheim werden das hat uns geschenkt das hat uns sein sein von jesus und ich kann 10 Botschaft bringen bloß von bieten von wort das geheimnis sein aber ich war nicht von dem doan aber ich konnte Interessen hier ab kriegen und die waren interessiert blieben und das zum sein zu sehen was von geheimnis hat Gott für mich von dem und das erste ist das Leben der Jesus das ist das Fundament und kommt wieder so weil wir alle verwolten sind hast die besondere erkannt ist wo die mit jahre am gong dass die wieder kommen dann sitzt die dort wieder andere Menschen mit da und die würden sein hoch bete dann ob erkannt die jesus seine geheimnisse vor hei weil oben worden der sehen wird dann hast du besonders eine Abruf ab die dort mit zu deilen zum anderen Menschen sehen von Wichtig ist zu wissen wo mit jahre an zu gehen dann ist es 100 mehr wichtig dort mit zu deilen wo die wiederkommen in jäsel händler das ist noch viel mehr wichtig so nicht bloß wer die best aber weiten was verlangt von die was we tun und dann in korinther ist korinther feier vers 1 2 in du wieder redet von rechen wir gleichen alle das wird rechen nicht besonders wenn es nicht an ans geht es wenn viele leiber gucken was der andere det was sein was he det wir denken nicht dass jesus steht in matthäus 7 vers feier und wo wurscht die die braute sein luke die kleine speck von die rechen ob ich habe hier so ein gefeier mein eu und das merkt mein bet dass ich nicht so gut sein kann aber dort wo wir nicht mit holen und einfach hier den speck von die eu rechen aber luch dessen bollchen diesen 2 befeier mein eu luch doch mal tag what for ne heichler ist dort in johannes 7 vers 24 das sagt recht nicht nur dort wo die kost sein ob du gerechte rechen und wann nicht bloß nur dort wo die kost die kost sein in 8 vers 3 das sagt ob die schrift leere und die vare sehr die brücken Jesus eine frü wo krach in ehebruch wie in dem moment von dort da im brachen er fahr am in stald er du hahn die wollen hahn sei soll gesteinig worden von ein und die schicht denkt traf du das noch wo du denkst na jo an die frü die hat wirklich gedun in den testament nu dann soll gesteinig worden in worum leid got argon denke fern und so und wo denken wow wo gedeh dich hast got das hei ar verjebende du an des am stand glä wir denken fern an dort nicht wir denken weil er hat gefehlt dem rechen sie hat so stod haben wie gleich nicht ist da denken nicht aber dann von uns bruder ist das was an steht was am glich ist und wir denken aber diesen Christ hat so better weiten und wir können uns nicht stell halten wir möchten davon vertellen was die menschen alles verschlachtet können und wir wissen diesen bruder ersetzt an hören aber wir haben nicht so viel genut für die person mit bruder ersetzt essen in jesus hat das für mensch wird nicht mal am glich krever vergeben meint wirklich dass wir nichts nicht rächen meint wirklich dort glich nicht das meint aber glich wir haben viel in der rechte ziel jesus sieht wie so frucht entspärkte sein wie so kaum sein der mensch sagt als christ ob alles was am hängen ron kommt das alle verhältnis wat er alle wein dat alles am an zwei das keimel dat de vred ist das keimel dat de leiv ruit kommt das immer bloß alle schlacht das immer die frucht und wenn wir in het leven kicken wir kicken an zin ja na moe sind de schlachte die 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 leven ruit kommt aber god sei dank da ist auch fred das leiv das sind auch dinge wo tv wiren wo sind nie warte top gekommen kicken frucht entspricht des an an weit wie verhebs ab wot vone gründ wie met in saal jesus sagt hier in 1. korinther vers 2 he sagt or polisch schriftet sorry polisch schriftet denn dass sie treu erfinden werden die wurden nicht gefunden aus trüsen ich weiß nicht es sind das noch mal gön haft eins wo die kinder ist und die spielen für feierstunden oder die schaffen feierstunden haben sehr feierstunden alles jetzt wunderbar feierstunden auf einmal steht einer der andere trotz mit den Stein auf der vaut ist und dann ist ein lü zwei breng ein kleines fett oder was immer und das geht vielleicht zwei drei minuten und haben sich verzeiht und dann war wieder in alles das gaut und dann sagt der ober hier haben hier ihr fett wir denken das kleine ding was passiert wir denken nicht ja die haben sich im bett sein eine eine plage gekriegen weiß nicht aber die haben sich verstehen und sie können versäuen und die haben feierstunden fein geshofft und fief minuten tröbel geholt das meint nicht dass wir sagen ja alles ist perfekt gewaß und die fünf minuten wir brauchen nicht davon reden vielleicht braucht du etwas zu reden aber kann nicht sagen wow das wundervoll so lang was das problem ist und wo kann ich nicht passieren das nicht passieren wenn es so geht und ich nicht lieben das was ihr tun haben was können wir dann nächstes Mal unterstellen, dass es nicht Brücktrübel geben. Und es ist dort, dann fallen die Kinder nicht schuldig und denken, ja, ich sage, ich muss noch ein Stück Brücken, ich sage, ich muss ein Problem. Als wir dann abgewachsen, wissen wir von uns, haben so ein Fehltefettung erfordert, nicht? Warum wollen wir das mitdecken? Weil wir nicht das gute mitdecken, was wir gekriegt haben, und nicht das schlechte. Das Fundament, wo Gott uns mitdeckt, als dass wir drei gefangen sind. Und das bringt mir das nächste, das größte, das höchste, das wunderbarste Ding, was mir käme als eine Uppenbord, wie wir das Konferenz waren. Ihr kennt alle vielleicht das Leute, wenn sie fuhrer ab dem Himmel, die kickt rauf mit seinen Ehen und Leib, dass sie uns immer von der ersten Arichtung, nicht? Das ist nicht, was das Leute sagt. Er kickt rauf mit Leib, worum? Worum kickt Gott rauf in Leib? Auf Englisch sagt es, for the Father up above, looking down in love, worum kickt er rauf in Leib? Einfach, wenn sie uns leib hat, wenn sie uns gut ist, wenn sie uns helfen will. Du willst, wie wir abholfen, wie wir sein. Du willst, wie wir abholfen, wie wir sein. Nicht, wenn sie uns sieg bloß, kippt mir, hier habe ich die Warte gefehlt, und dann kann man mit ihr und überrasen, und dann wieder gehen. Kippt mir Warte, nicht, ich habe Warte nicht gelegen, überrasen. Oh, das ist nicht, was ich da. wenn ich mir selbst denke, ich glaube, ich habe viel Fertnerfläche überrasen, die mir fehlt, aber wo das nicht, was er hier sagt, ich habe nichts mehr zu tun, er kickt er rauf in Leib, wenn er uns gut ist, und er will uns halten, dass wir nicht in die schlechten Dinge nennen wollen. Kippt mir, das ist der letzte Versch, was ich hier von wohl von lesen. Jetzt kann ich den Feierversch fief. Ich sage, darum richtet mich vor der Zeit, bis der Herr komme, welcher wird uns Licht bringen, was im Fenster verbargen ist, und den Rat der Haut sind offenbaren. Sieh, all die Dinge, die geheimlichen Motiven, dort wird uns driften Dinge down, all die Dinge, wo wir in diesem sein, dort alle feiern Licht, dort alle um den Boden bringen, und woran? Wenn ich sage, erst nicht haben uns Disziplin, das sage ich, also wird einen jeglichen von Gott Lob wieder erfahren. Ich sollte verstehen, was das meint. Ich glaube, ich kann es verstehen, wenn es bloß toren groß ist, wenn es auf den Boden bringen, dort wird die hängeste Dinge, wo keiner andere kann sein. Vielleicht ist es, es wird die Fähigkeit, wo wir haben Profe, mit einer rechten Anstellung anzufangen, das ist die Fähigkeit, und das haben wir angefangen zu denken, in das hoffnige Glecht, was wir heute wollten, das so ein gauder Ding sein, für Gott, das hoffnige Schaf, Gott wird die Motiven, die hängen sein, oben bemerken, und dann wird er uns lieben, dann wird Gott uns lieben, für die gauder Dinge. Dort ist es sehr schwer, für mein menschliches Verständnis, zu begripen, der Gott, was alles weiß, allmächtig allwissend, hoi val me, das kleine mensch, was so verankert, hoi val me loven, das sagt, du, in der Klaus, wo wir werden, sagt, ich kann das nicht halten, die kohlen, das roh, ich dachte, wow, so gauder, als gauder, gauder, das wird he will doan, wir denken, he will dort alle luten fahren da kommen, dass he kon uns trofen, aber he sagt, he dat he will uns loven, ist nicht wunderbar? Ich sage nicht, dass das problem sind, wo wir hier feilt haben, das soll nicht sein, dass du nicht dofen so ist, soll nicht sein, aber sein Ziel ist he will uns loven, he will uns loven, da wir ein paar Jahre treten, wie ich mit einem großen Mann er tippe, und wir vertellen von was den den wir sehen, wie wir sind. Ich konnte das nicht verstehen, ich konnte das nicht gelesen, aber ich habe eine bessere Führung sein, als wir und anfangen zu sein, wo meine Kinder loven. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich direkt biblisch wäre, aber mir fällt nicht so, dass wir in biblischen Prinzip können meine Wohne als Fuhrer. Und hier kann sein, das was Gott will haben für mich als mein Heim, wenn das was heilt hat, in Segenhuis. Das ist ein wunderbarer Gaule Ding unter war. Weil wir sehen, weil wir sehen, wo wir können unsere Kinder, unsere Lebenspartner, unsere Freund, und sie mit Hilfe, wo immer es ist, sie sagen, was wir sehen, dass Gott das ist, dass wir nicht haben, dass Gott das ist. was wir uns denken, uns himmlischen Führer lebt uns so gut, dass wir uns lieben wollen. Das Bedürfnis ist, best die ein von seinen Kindern. Best die ein Verwölter. Und was kann sein, dass du bis drei warst, nicht leben wie seine Kinder sind, kann ich sagen, nicht immer, nicht perfekt, aber hier in der, in der, in der, in der, in der, seit wir drei warst. Wir haben uns hoffentlich in dem Gebet. Gott, ich danke dir für dein Wut. Ich danke dir für den Wut. Ich danke dir für den Aller Testament und den Neuen Testament. Wir können immer wahr sein, wo groß deine Leib ist. Wir können es sein, dass von Anfang an mit deine Leib die best aktiv gewaast in uns zu sehen, uns zu finden, uns zu reden, und dann, wenn wir fehlen, uns Möte schenken, und Gnöte schenken, dass wir können uns wahre knallen, verreden, und das ohne Kahn, was wir auch getan haben. Und dann, wenn wir gut getan haben, dass die uns was abwehren, in der Halbe wieder zu gehen. Gott, von wie das alle in kleinen Betten im Bild kriegen, damit wir bloß toschen, wir sind bedürftige Menschen. Wir haben alle so viel Nöte für die, uns fehlt dort so graslich, dass er fehlt, fehlt uns dort und die. Wie viel muss die uns segnen, muss die uns abwehren, muss die uns halten, dass wir können in dein Gnod, in dein Leben, was tief ans Hass, wiederkommen. Gott, glaubt die uns, dass wir würden können, die Dinge, die vergangen sind, vergeten, indem wir nicht mal drehend und drehend und drehend und wir können davon lernen, dass wir würden kennen, dass wir unerkannt und vergeben und wiederkommen. Gott, glaubt die uns, dass wir würden trü sein, aber dort wird die uns vertruend ist. Gott, wir freuen und in dein Segen, in Jesu Namen, Amen.